Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von DSTV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Peter Schreiber, ich bin Chefredakteur der Deutschen Stimme und heute bei uns zu Gast im Studio Frank Franz, der Parteivorsitzende der NPD. Herzlich willkommen, Frank. Hallo, freut mich. Schön, dass du ins Studio gekommen bist, um ein paar Dinge zu besprechen. Am 21. und 22. November dieses Jahres ist ja der Bundesparteitag der NPD und es ist vielleicht kein schlechter Anlass, mal über die Entwicklung der Partei zu sprechen. Wir haben ja auch in der November-Ausgabe der Deutschen Stimme ein großes Interview mit dir, wo du Stellung genommen hast zur Entwicklung der Partei auch inhaltlich zu einigen Punkten Stellung genommen hast. Wie schätzt du die Entwicklung der Partei momentan ein, was die Umfragen angeht, was die allgemeine Stimmungslage angeht, was Chancen angeht? Also eines unserer wesentlichen Ziele war, die Kommunikation einmal in der Partei zu verbessern, das heißt vom Parteivorstand in Richtung Verbände. Und zum anderen war es uns ein Anliegen, die Kommunikation in die Öffentlichkeit zu verbessern, das heißt die öffentliche Wahrnehmung der Partei zu verbessern. Ich glaube, das ist uns über etliche Projekte sehr gut gelungen. Wir haben in diesem Jahr zwei wichtige Kampagnen gestartet. Das ist einmal die Kampagne für Frieden, Freiheit und Souveränität und zum anderen eine Kampagne zur Asylpolitik. Zum zweiten haben wir in diesem Jahr das Projekt DSTV gestartet, was mir ein ganz besonderes Anliegen war. Das war ja eine zentrale Forderung von mir, dass das durchgeführt wird. Genau, das war schon immer ein Herzensanliegen von mir, dass ich dann mit dem Antritt meines Amtes sehr zügig auch umgesetzt habe, veranlasst habe und deswegen freut es mich natürlich ganz besonders, dass das Projekt so erfolgreich läuft, stabil läuft und auch sich steigender Zuschauerzahlen erfreuen kann. Insofern würde ich sagen, haben wir unsere Ziele erreicht, was die Öffentlichkeit, öffentliche Wahrnehmung angeht. Aber auch innerparteilich haben wir unsere Ziele erreicht. Wir haben, wenn wir davon sprechen, die Kommunikation in der Partei zu verbessern, haben wir zum Beispiel sogenannte Führungskräftekonferenzen durchgeführt, wo wir je nach Größe der Landesverbände entweder landesverbandsbezogen oder regional bezogen Konferenzen zwischen Präsidium, Parteivorstand und den Führungskadern der Partei auf Kreis- und Landesebene durchgeführt haben. Und das ist gut angenommen worden? Das ist gut angenommen worden. Wir haben jetzt alle Landesverbände durch, werden uns jetzt demnächst im Parteivorstand in der Parteizentrale zusammensetzen, die Gesamtauswertung machen und dann schauen, wie wir in Zukunft mit dem Projekt verfahren. Es wird aber im nächsten Jahr auf jeden Fall dieses Projekt weiterhin geben. Es wird vielleicht etwas anders konzipiert sein, aber es wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Darf ich kurz nachfragen, was war dein wichtigstes Anliegen, was die Außenkommunikation oder die Außendarstellung der Partei angeht und inwieweit siehst du das mittlerweile erfüllt? Mein Anliegen ist es, und es wird nachvollziehbar sein, dass wir selbst in die Lage versetzt werden, beziehungsweise uns selbst in die Lage versetzen, das Bild der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands und das Bild über unsere Partei selbst zu prägen, soweit das mit unseren bescheidenen Mitteln möglich ist. Ich glaube, das haben wir geschafft. Es war und ist mir nach wie vor ein Anliegen, die Partei als eine junge, dynamische, sympathische Kraft darzustellen, die zum Wohle der Deutschen agiert und nicht als eine alte, angestaubte Partei, wie sie sehr gerne in den öffentlichen Medien dargestellt wird. Ich glaube, das ist uns ein Stück weit gelungen. Der aktuelle Parteivorstand, wie er seit dem letzten November besteht, ist ein sehr junger Parteivorstand. Und ich denke, das haben wir ganz gut geschafft. Zumindest die Rückmeldungen, die ich erhalte und die mir zur Kenntnis kommen, belegen diesen Eindruck. Also die Botschaft ist auch in der Partei angekommen, was wir tun müssen, um wieder auf die Erfolgsschiene zu kommen. Wenn ich der Auswertung der Führungskräftekonferenzen etwas vorweggreifen darf, würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Ja. Die Notwendigkeiten sind verstanden. Und jetzt geht es eben an die Umsetzung. An die Umsetzung. Also das, was wir tun konnten, um die Partei voranzubringen, haben wir getan. Aber um erfolgreich sein zu können, braucht man auch einen entsprechenden Resonanzboden, wenn man so will, thematisch, politisch. Und auch hier scheint sich ja vieles in unsere Richtung zu entwickeln. eben unter anderem durch das mittlerweile alles überlagernde Asyl- und Flüchtlingsthema. Ja. Da haben wir ja auch jetzt schon mehrfach inhaltlich vorgelegt, unter anderem jetzt mit dem neuesten Maßnahmenpaket, dem Neuen-Punkte-Plan der NPD. Willst du das uns ein bisschen erläutern, was sind so die ganz wesentlichen Kernaussagen? Also ich möchte das gerne in zwei Aspekte unterteilen, weil im Zuge der Asylpolitik zumindest maßgeblich öffentlich ja nur über die Symptome gesprochen wird. Das heißt, wir sehen uns einer, man kann das ruhig so nennen, regelrechten Asylflut ausgesetzt. Aber diese Asylflut hat ja auch eine Ursache. Ich sage das auch sehr gerne bei Kundgebungen oder bei Veranstaltungen, dass Flüchtlinge ja nicht etwas sind, was über Nacht entsteht. Die entstehen ja nicht aus der Retorte sozusagen, sondern die haben ja eine Ursache. Und diese Ursache liegt vielfach begründet in den Kriegen, die die US-Amerikaner besonders im Mittleren und Nahen Osten führen. Und da will ich auch nicht unerwähnt lassen, dass unsere Bundesregierung daran maßgeblich Anteil hat. Man darf sich, wie der Minister Gabriel so gerne tut, sich in die Kameras oder vor die Kameras stellen und an dicke Kullertränchen vergießt, sich über die armen Flüchtlinge beschwert und gleichzeitig aber Waffen in die ganze Welt liefert. Das funktioniert natürlich nicht. Wir als Nationaldemokraten haben dazu eine ganz klare Position. Wir sind kein Freund der NATO und wir sind kein Freund der Aussagen der Kanzlerin Merkel, die die US-Amerikaner als Freund und Verbündeten sieht. Wir als Nationaldemokraten sagen, dass wir keinen Freund und keinen Verbündeten brauchen, der die halbe Welt in Schutt und Asche legt. Das ist das eine, also Ursachenbekämpfung. Das andere ist, und da kommen wir zum 9-Punkte-Plan, gegen die Symptome, das heißt gegen das, was uns hier innenpolitisch sozusagen umtreibt, dass wir als allerwichtigste Maßnahme dieses individuelle einklagbare Grundrecht auf Asyl uns vornehmen müssen. Was es so in dieser Form hier eigentlich in Irgendwo gibt? Das gibt es nirgendwo sonst, außer in Deutschland. Das bringt aber etliche Probleme mit sich. Allen voran natürlich juristisch. Man kann sich das vorstellen, wenn eine bis eineinhalb Millionen Menschen in unser Land kommen und wissen, dass sie ihr Grundrecht auf Asyl einklagen können, dann hat das nicht nur eine juristische, sondern auch eine temporäre Dimension, die überhaupt nicht absehbar ist. Man möge sich vorstellen, eine bis eineinhalb Millionen Menschen ziehen vor bundesdeutsche Gerichte und wollen ihr Grundrecht einklagen. Das würde zu einem totalen Kollaps führen. Es ist aber auch unter rationalen Gesichtspunkten notwendig, dass wir vor dem Hintergrund der aktuellen Lage dieses Asylrecht überdenken. Als es geschaffen wurde, mag das noch nachvollziehbar gewesen sein. Vor dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges, der Umstände der Rahmenbedingungen, kann man das, wenn man will, nachvollziehen. Aber im Jahr 2015 und der aktuellen Bedingungen, die in der Welt vor uns liegen, ist das schlicht und ergreifend praktisch nicht mehr handelbar. Wir wollen, und das tut ja auch zum Beispiel unsere Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern, wollen eine Novelle erreichen, bei dem dieses Grundrecht in eine einfach gesetzliche Regelung verfasst wird, die dann einfacher handhabbar ist und die auch leichter angepasst und angewendet werden kann. Das ist vernünftig. Man hat uns ja immer vorgeworfen, dass wenn wir die Abschaffung dieses individuell einklagbaren Grundrechtes fordern oder eine entsprechende Änderung des Artikels 16a, das sei verfassungswidrig, diese Forderung. Das ist mir gerade kürzlich im Kreistag mal so gegangen, nur mal als Beispiel. Dann darf man aber ruhig dazu sagen, dass es auch Bundespolitiker der etablierten Parteien gibt, die das auch fordern. Und jetzt hat ja der Verfassungsrechter Professor Rupert Scholz auch gesagt, dass nicht nur die gegenwärtige Asylpraxis verfassungswidrig wohl ist und beziehungsweise jederzeit auch abgeändert werden könnte, sondern dass man selbstverständlich auch diesen Grundgesetzartikel anpacken kann, denn er fällt nicht unter die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes. Kommen wir vielleicht an der Stelle gerade mal auch zu der persönlichen Verantwortung der Regierenden, also insbesondere von Frau Merkel. Die deutsche Stimme macht ja dieses Mal auf mit dem Titel Ist das jetzt schon Hochverrat? Ich halte es gerade mal in die Kamera. Also wir sagen, dass im Grunde genommen geprüft werden muss, ob Frau Merkel nicht nur, wie es volkstümlich auf vielen Demonstrationen zu hören ist, jemand ist, die ihr eigenes Volk verrät, sondern ob es nicht vielleicht sogar strafrechtlich relevant ist, was sie unternimmt, nämlich im Sinne von § 81 StGB Hochverrat. Ich darf vielleicht gerade mal kurz die Tatbestandsvoraussetzungen zitieren. Da heißt es, Hochverrat begeht, wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drogen mit Gewalt, erstens den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen oder zweitens die auf dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beruhende verfassungsmäßige Ordnung zu ändern. Sprechen wir vielleicht erst mal untechnisch, nicht ganz juristisch. Was ist eigentlich der wesentliche Vorwurf, der Frau Merkel mit ihrer Asylpolitik zu machen ist? Also aus meiner Sicht ist der wesentliche Vorwurf, der Kern der Sache liegt meiner Ansicht nach darin, dass, wenn wir von Demokratie sprechen, es natürlich um Souveränität geht. Und der Souverän ist das deutsche Volk. Und wenn man jetzt diesen Souverän durch eine, man kann schon sagen, systematisch betriebene Masseneinschleppung fremder Menschen durch die Hintertür abschafft, dann ist der Grundrechtsträger, nämlich der Souverän, das deutsche Volk, Das Staatsvolk. Das Staatsvolk wird in seinen Rechten beschnitten. Und... Aber wenn ich einhaken darf, das würde ja erst dann passieren, wenn diejenigen, die hier einwandern, dann auch im großen Stile die Staatsbürgerschaft annehmen würden. Das ist ja zu erwarten, wenn sich Bundesminister vor die Kameras stellen und den Asylbewerber an sich schon als einen Ein- oder Zuwanderer betrachten. Dann ist davon auszugehen, dass genau das beabsichtigt ist. Wir erleben ja schon, dass sich Minister in der Öffentlichkeit so äußern, dass nicht nur diejenigen, denen gegebenenfalls Asyl zusteht, integriert werden sollten, sondern man spricht ja auch schon davon, dass Asylbewerber, das heißt diejenigen, von denen man noch gar nicht weiß, ob sie überhaupt hier bleiben dürfen, dass auch diejenigen schon integriert werden sollen, nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch in den Arbeitsmarkt. Sie sollen zur Schule gehen und sollen sich hier vollumfänglich integrieren. Und dann ist das natürlich ein Indiz, zumindest ein Indiz dafür, dass es die Absicht der politischen Klasse ist, diese Menschen zu integrieren. Das heißt sie auch auf mittlere oder lange Sicht zu Staatsbürgern zu machen. Und das ist eine Aushöhlung des Grundgedankens des Staatsvolkes. Und dann wird natürlich auch die Souveränität des autochtonen deutschen Volkes, der ja souverän ist, ausgehöhlt. Und das ist meiner Ansicht nach ein Unding. Und das große Problem liegt ja unter anderem darin, dass der Souverän, also das deutsche Volk, jetzt gar keine wirkliche Möglichkeit hat, das zu verhindern. Das ist ja auch nie danach gefragt worden. Eben, es wird auch nicht danach gefragt. Das ist auch eine Grundforderung der NPD. Echte und direkte Demokratie bei wesentlichen Belangen und die fordern wir auch hier. Also nicht nur bei Fragen, die den Euro betreffen oder die EU, sondern auch wenn es um wesentliche existenzielle Fragen des deutschen Volkes geht, dann muss das Volk auch gefragt werden. Das sieht zum Beispiel jemand wie der Bundesinnenminister, Herr de Maizière, völlig anders, den ich kürzlich mal dazu befragt habe. Da hatte ich mal die Gelegenheit bei einem Bürgerdialog in Meißen. Und er lehnt ja wohl Volksbefragungen oder Volksentscheide generell ab. Und er sagt insbesondere, dass Asylrecht sei also kein geeigneter Gegenstand für eine Volksbefragung. Das Problem ist ja, dass diese Debatte um Asylbewerber, aber auch bei dem Thema Zuweiterung an sich, immer eine sehr starke emotionale Komponente hat. Es werden arme Flüchtlinge gezeigt, die aus Angst um Leib und Lebensschutz suchen. Und dann ist es völlig nachvollziehbar, dass ein Großteil der Menschen sagt, man muss helfen. Das wollen wir ja auch. Die NPD sagt ja auch ganz klar, wer wirklich um Leib und Leben fürchten muss, dem gewähren wir gerne zeitlich begrenzte Zuflucht. Denn das ist Asyl. Asyl darf aber nicht ein Synonym für unkontrollierte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme sein. Und da machen wir einen ganz klaren Trennstrich. Asyl, wenn es begründet ist, ja. Und das zählt auch zu dem 9-Punkte-Plan, nämlich dass die Prüfverfahren deutlich verkürzt werden müssen. Und dann muss konsequent auch abgeschoben werden bei denen, die kein Anrecht auf Asyl haben. Asyl grundsätzlich ja, aber daraus eine Art Umweg zu machen, um Leute in unsere Sozialsysteme einzuschleppen, das lehnen wir konsequent ab. Und natürlich als Nächste wäre dann natürlich zu sagen, wo gewähren wir Asyl? Also wenn man jetzt an die Vielzahl der Menschen denkt, die tatsächlich vor Krieg fliehen, dann muss man natürlich auch sagen, wären sie natürlich besser aufgehoben in der Region, in dem Kulturkreis, aus dem sie stammen, dass man ihnen vor Ort hilft. Da hat die Regierung am 4. September einen Damm gebrochen oder einen Damm brechen lassen, indem sie gesagt hat, wir öffnen die Grenze zu Österreich und lassen im Grunde, man kann wirklich sagen, unkontrolliert alles in unser Land, was irgendwie unser Land erreicht. Auch das ist ein Punkt unseres neuen Punkteplans, dass man die Drittstaatenregelung wieder einführen muss, dass man konsequent darauf achtet, dass Asyl dort gewährt wird, beziehungsweise dass dort geprüft wird, wo derjenige wirklich zuerst auch europäischen, beziehungsweise EU-Boden betritt. Insofern haben wir große Vorstellungen, aber es wäre natürlich auch schon ganz schön, wenn die Gesetze und Regelungen, die wir haben, die es ja gibt, wenn man die wenigstens schon mal anwenden würde. Erheblich weiter, ja, genau. Kommen wir mal ganz kurz auf die Anzeige zurück. Ja. Kommt ja noch hinzu, dass tatsächlich auch die innere Ordnung der Bundesrepublik natürlich durch diesen lawinenartigen Zustrom gefährdet ist. Das heißt, ein weiteres Tatbestandsmerkmal ist eigentlich erfüllt. Auch die kommunale Selbstverwaltung ist natürlich erheblich betroffen, weil die Länder, die also grundsätzlich zuständig sind, für dieses Thema dann den Landkreisen, die Unterbringungspflicht auferlegen, die wiederum legen den Städten und Gemeinden auf ihrem Gebiet die Mitwirkungspflicht auf. Und Kommunen können dann gar nicht mehr selbst über die Verwendung ihrer öffentlichen Einrichtungen entscheiden. Oder es werden einfach Turnhallen belegt. Letztlich auch der Bildungsauftrag wird infrage gestellt, wenn man also Beeinträchtigungen beim Unterricht für deutsche Schüler dann sich vor Augen hält. Also es sind ganz tiefgehende Eingriffe und deshalb möchte ich die Gelegenheit jetzt einfach nochmal nutzen an unsere Zuschauer, dass also sich auch nochmal zu Gemüte zu führen unserer Anzeige bzw. den Artikel dazu vom Rechtsanwalt Björn Clemens. Und wir haben dort auch eine Möglichkeit angegeben, wo man sich diese Anzeige herunterladen kann. Kann man dann ausdrucken und es wäre schön, wenn Hunderte oder gar Tausende von Anzeigen bei der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe eingehen würden. Du hast es gleich als erstes gemacht. Ich gehörte auch zu einem der ersten Unterzeichner. Und als ich Herrn de Maizière die Anzeige persönlich zur Kenntnis gegeben habe, da geriet er tatsächlich ein bisschen außer Fassung. Er hat das also als unglaublich empfunden, dass ich ihn dazu aufgefordert habe, sich zu distanzieren von seiner Kanzlerin. Das wird auf Seiten der Regierenden natürlich als Anmaßung wahrgenommen, wenn man, ich kann das ja ruhig kurz ansprechen, wir stehen ja vor einer Prüfung, ob eine mündliche Verhandlung angesetzt wird im Zuge des sogenannten Verbotsverfahrens. Und es ist natürlich eine unschöne Situation für die Regierenden, wenn man eine Partei verbieten will, ihr vorwirft, sie wolle die Demokratie beseitigen, während sich die Regierung selbst nicht an die eigenen Regeln und Gesetze hält. Da kann man schon mal die Fassung verlieren. Das habe ich für den Herrn de Maizière vollstes Verständnis. Natürlich, genau. Wir können das nachvollziehen. Wir haben zu dem Thema einige Artikel in der Deutschen Stimme, zum Beispiel unter dem Titel Schwierige Willkommenskultur im Klassenzimmer, wo unser Autor Moritz Altmann über das Thema, was ich gerade angesprochen habe, berichtet. Und wir gehen auch noch in einigen anderen Beiträgen auf die Auswirkungen ein, und zwar auf die Asylindustrie, die sich dann mittlerweile etabliert hat. Da haben wir eine Besprechung drin von Thorsten Thomsen über eine neue Publikation des Instituts für Staatspolitik über die Flüchtlingsindustrie und eine Neuerscheinung von Udo Ulfkotte. Wollen wir vielleicht abschließend noch mal darauf eingehen, wenn man auf der einen Seite die Fähnchenschwenke sich vor Augen hält, die am Bahnhof stehen und die sogenannten Flüchtlinge begrüßen. Wenn man dann auf der anderen Seite Kommunen vor Augen hat, die unter der Last zusammenbrechen, Bürger, die im Umfeld dieser Einrichtungen wohnen, die massive Benachteiligung zu erleiden haben und sich dann anschaut, wie einige so richtig sich eine goldene Nase daran verdienen. Also letztlich am Leid von Menschen, aber auch eigentlich am Bruch unserer Gesetze ja letztlich verdienen. Was fällt einem dazu ein? Haben die überhaupt das Recht, uns moralisch anzuklagen, weil wir solche Dinge mal kritisch zur Sprache bringen? Nein. Das moralische oder diese moralische Überlegenheit, die man so gerne demonstriert, die hört ja im Grunde schon dann auf, wenn man die Ursachen der Flüchtlingskrise außer Acht lässt, bewusst außer Acht lässt. Und der Begriff Asylindustrie ist durchaus angebracht. Nicht nur aus Sicht dieser Verbände, die daran verdienen, indem sie Zuschüsse des Staates abgreifen, um Hotels zu sanieren, in denen dann Flüchtlinge einquartiert werden. Das hört man ja überall in der Bundesrepublik, dass sich Hotelbesitzer, bei denen es nicht ganz so rund läuft, sich sehr gerne daran bedienen. Das ist aber auch aus der Wirtschaft zu hören. Das IFO-Institut hat ja gerade vor kurzem Zahlen veröffentlicht. Wenn man davon ausgeht, zum Beispiel, auch die Ministerin Nahles hat das ja in einer Bundestagsdebatte gesagt, dass nicht einmal jeder Zehnte die Qualifikation mitbringt, überhaupt in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt zeitnah integriert zu werden, dann sieht man, auf welche Problemwelle wir zusteuern. Wir zusteuern, ja. Wenn wir Analphabeten sind, keine Vorbildungen haben und wenn man dann von einer Zahl von einer Million ausgeht, die jetzt einfach mal die unterste Ebene dessen ist, was prognostiziert wird, dann sprechen wir hier von 300.000 beschulungsfähigen Kindern, die noch nicht mal unsere Sprache sprechen, die keine Vorbildungen haben. Da muss man sich einfach fragen, wie das funktionieren soll. Und in Anbetracht dieser Tatsache sind wir, ich, der Auffassung, die NPD der Auffassung, dass wir auch in diesem Falle wieder zum eigentlichen Souverän zurück müssen, nämlich das Volk ist der Souverän und die Politik ist der Vertreter des Souveräns, nicht die Wirtschaft und nicht irgendwelche Lobbyverbände, die daran verdienen. Und die Politik muss wieder dahin zurückkommen, zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, dass das schädlich ist für die Allgemeinheit. Wenn man das mal außer Acht lässt, müssen wir auch andere Aspekte in Betracht ziehen. Wir importieren ja auch Konflikte von außen in unser Land. Das, was sich vielfach in Asylbewerberunterkünften abspielt, nämlich, dass man unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Konfessionen, die sich in ihren Heimatregionen feindlich oder zum Teil kriegerisch gegenüberstehen, jetzt komprimiert auf eine Asylbewerberunterkunft sieht, wo es ja ständig rappelt, um das mal etwas flapsig zu sagen, da müssen ja ständig Hundertschaften ausrücken, Polizei ausrücken, um da Streitigkeiten, Auseinandersetzungen zu beschwichtigen. Dann haben wir nur einen Vorgeschmack darauf, was sich demnächst nicht nur in diesen Asylbewerberunterkünften abspielt, sondern was sich auch auf unsere Straßen verlagern wird. Denn das wird ja nicht aufhören. Also wir sehen uns hier einer Vielzahl von Problemen und Konflikten ausgesetzt, auf die die Politik, also die jetzige Regierung, keine Lösung hat. Also ich kann zumindest keine Lösung erkennen. Und wenn man dann auch weiß, dass die Kanzlerin sagt, wir können die Grenzen nicht schließen, wir müssen das quasi erdulden, ertragen, dann sehe ich, dass diese Regierung keinen Lösungsansatz hat. Sie hat keinen Lösungsansatz und die Bürger... Und ob sie das überhaupt will. Ob sie es will, genau. Aber die Bürger dieses Landes haben eine Möglichkeit, damit Schluss zu machen, indem sie einfach sagen, Schluss mit der Heuchelei, einfach ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der politischen Auseinandersetzung, sich die Probleme mal klar vor Augen führen und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Frank, das Gespräch. Also ich denke, wir werden auch in einen motivierenden Parteitag dann hineingehen, am 21. und 22. November, wo wir dann auch wieder nachlegen werden mit den nächsten Forderungen zum Thema Asyl. Dort wird es auch einen entsprechenden Leitantrag geben, der sich mit der Asylpolitik beschäftigen wird, wo auch nochmal der Neun-Punkte-Plan und aber auch Ergänzungen dazu eingebracht werden. Genau. Herzlichen Dank für deine Stellungnahmen, für die Antworten, die du gegeben hast. Und wir werden weiter streiten dafür, dass wieder etwas Vernunft in die Politik eingehen. Ich darf in diesem Zusammenhang gerne, wenn ich darf, nochmal ganz kurz daran erinnern, dass der Bürger sich natürlich auch einbringen kann. Es nutzt nichts, wenn er nur zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich schimpft über die Umstände. Er hat jederzeit die Chance und die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen in das Parteigeschehen. Es ist wichtig, dass die Leute auf die Straße gehen, für ihr Recht streiten, dass sie wirklich demonstrieren, dass sie etwas gegen die anhaltende Asylpolitik haben, dass sie nicht der gleichen Meinung wie die Herrschenden sind. Und sie haben natürlich im nächsten Jahr die Gelegenheit, uns aktiv zu unterstützen, denn es liegen etliche Wahlkämpfe an, etliche Landtagswahlen. Wir haben die Wahlen in Sachsen-Anhalt, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg im Frühjahr. Und wir haben dann die Wahlen im Herbst, das ist noch etwas hin, aber wir haben dann auch noch die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin. Und auch hier muss man dem Bürger immer wieder sagen, in der Wahlkabine schaut niemand zu, macht von eurem Stimmrecht Gebrauch und straft die etablierte Politik ab. Gibt nicht nur meckern, sondern handeln. Nicht nur meckern, sondern handeln. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das lassen wir jetzt als Schlusswort stehen. Vielen Dank, lieber Frank. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer.